Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute mit keinem Gameplay, sondern wieder mit einem kurzen Vlog. Ja, ich will eigentlich nicht, dass das Ganze einreißt, aber egal. FFF ist, eigentlich habe ich gar keine Zeit, weil der Kumpel quasi schon vor der Tür steht. Der ist ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich glaube schon, dieses Wochenende da zum Zocken. Das Zockerzimmer wird eingeweiht, das ist jetzt fast schon so fertig. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund, kann man es sehen? Oh, falscher Richtung. Ne, ich fahre mal kurz weg. Egal, da hinten sieht man es ein bisschen, da sitzt eine Couch auch und ja, es wird dann nur noch ein bisschen dekoriert und dann ist das Ganze auch bald fertig und wie gesagt, wenn das Ganze dann richtig fertig ist, dann gibt es auch ein Roomtour-Video, ein Setup-Video und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze so aussieht. Auf jeden Fall kein Gameplay, weil ich außer Destiny nichts gezockt habe und ja, weiß ich nicht. Glaube ich, es ist für die meisten von euch nicht so interessant, wenn ich euch zeige, wie wir Oryx gelegt haben oder sonst irgendwas. Destiny kommt auf jeden Fall noch. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Zombie-Zeit und ich habe gestern versucht, ehrlich gesagt, noch ein bisschen Zombie zu spielen. Black Ops 2 auf der Xbox 360. Ich habe es nicht zum Laufen gebracht, keine Ahnung, also meine Xbox ist ständig abgeschmiert, ich konnte mich nicht anmelden, nicht verbinden, habe LAN-Kabel probiert, WLAN, irgendwann ging es dann, aber dann bin ich ständig wieder rausgeflogen und so hat dann keinen Bock mehr. Deswegen gibt es, wie gesagt, kein Gameplay, ähm, ja, aber egal, das Video soll ja nicht so lange werden. Die Woche ist, ja, nicht so viel passiert, hab eigentlich, ja, nur gearbeitet und, ähm, ein paar Sachen hier besorgt, eben die Couch besorgt, ähm, das Ganze habe ich gestern erledigt, hab mir dann Transporter ausgeliehen, so ein riesiges Ding, ähm, auch so ein geiler, wenn man rückwärts fährt, der dann so, weep, 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 richtig geil, wir vorgekommen wie ein Trucker, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, nicht viel los, heute kommt der Kumpel noch, nachher schauen wir uns noch Basketball an, ähm, gehen wir ins Audidome gegen Straßburg Euroleague, bin schon ziemlich gespannt, ähm, vielleicht Sieg Nummer 2 einfahren, wäre auf jeden Fall wichtig, um in die nächste Runde zu kommen, und, ja, wie gesagt, so gibt's nicht viel zu erzählen, Black Ops 3 steht vor der Tür, nur noch eine Woche, ich hoffe ja immer noch, dass ich's ein bisschen eher bekomme, dann ist es nicht mal mehr eine Woche, auf jeden Fall, ich bin so hyped, ich freu mich mega, heute ist auch der Hintergrund für die Playstation, äh, ne, nicht überhaupt, für die Beta-Spieler von Black Ops 3 rausgekommen, ähm, der Zombie-Hintergrund, den muss ich mir jetzt gleich noch saugen, ähm, freu mich auch, schaut mega geil aus, das Ding, ähm, ja, Fragen hab ich auch keine, denn viele, oder fast die meisten Fragen, die unter das Video gestellt wurden, sind eigentlich für Zombie-Talk gewesen, das Ganze kommt ja wieder Sonntag, diesmal auf Smokies Kanal, ähm, für die, die sich gewundert haben, warum es letzte Woche so spät kam, also erst um halb neun oder so, ähm, wir hatten Probleme mit dem Gameplay, ähm, haben wir auch im Video schon gesagt, und dann, ja, gab's dann auch Probleme, wenn Kevin mir sein Gameplay geschickt hat und so, ähm, egal, auf jeden Fall hatte ich keine Zeit mehr zu rendern, das Ganze hat sich dann ein bisschen gezogen und deswegen halb neun, aber das soll die einzige Ausnahme gewesen sein, deswegen nehmen wir das Ganze jetzt immer ein bisschen früher auf, wenn wir es schaffen, damit, ähm, ja, Smoky und Jan, die haben, glaube ich, nicht so eine schnelle Leitung, das Ganze rechtzeitig hinkriegen, nicht so wie bei mir letzte Woche, das wollen wir nicht mehr, ne. Genau, deswegen würde ich sagen, nächste Woche gibt's dann, ja, schon Black Ops 3 Special Freaky Freestyle Friday vielleicht, wer weiß, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr hyped auf den Kühlschrank, da werde ich ein Unboxing auf jeden Fall machen von der Juggernaut Edition, ich freue mich so krass auf das Ding und natürlich auf Zombie Zocken, also, ich, wie gesagt, drei Jahre Wartezeit, ich halte es nicht mehr aus, Jungs, holy moly, ähm, ja, wie gesagt, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, das war's, ganz kurzes FFF von mir, ich bin dann auch schon wieder raus, ähm, bereibe mich jetzt mental aufs Zockerwochenende vor, und, genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann Sonntag mit Zombie Talk Folge 3 auf Smokys Kanal, ähm, wenn ihr Folge 2 noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall bei meinem Kanal, vielleicht, wenn ich's nicht vergesse, hau ich einen Link in die Beschreibung, guckt drauf, wie ich finde, ein richtig geiles Format und, ja, das war's dann von mir, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Jungs, wir sehen uns Sonntag mit Zombie Talk und nächste Woche mit Zombie Gameplay, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Lenz, bitteschauu!